Was geht denn mit der Ringelnatte? Die Tour ist voll aktiv. Ich hätte gehofft, irgendwie hier rauszukommen, ohne jetzt alle drei betäuben zu müssen. Aber, ehrlich gesagt, nicht gut aus. So, den Hund aber nicht vergessen. So. Ja, ja, den sieht er mich Gott sei Dank nicht. Okay. So, auf dem Rückweg durch den Wald würde ich gerne abspeichern. Ich glaube, da erwartet uns nämlich jetzt eine Überraschung. Irgendwas sagt mir da, dass jetzt Zeit für einen weiteren Boss ist. Wir werden uns dementsprechend noch nicht ausrüsten, weil wir ja alle Zeit der Welt haben, dann das zum Menü durchzumachen. Aber, speichern können wir auf jeden Fall. Das tut niemandem weh. Und deswegen tun wir es auch. Mal kurz abspeichern. Speichern. Ja, klar. Wollen wir mal speichern. Diesmal darfst du auch was über einen Film erzählen. Ich hatte schon lange keinen Film mehr. Ich bin schon sechs Stunden. Krass. Ich bin schon sechs Stunden. Krass. Was zur Hölle. Ja. 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 Die End. Für Infinite Rage, Die Fury. Für Absolute Terror, Die Fear. Und für Unsurpassed Bliss, Die Joy. Die Joy. Es ist ein anderes Name für die Boss. Weil von der Joy sie fühlt in der Kampf, ich glaube. During der Krieg, sie hatte ein Partner, die Sorrow. Sorrow und Joy. Sie sagen, es könnte nicht mehr ein Perfekt pair sein. The Sorrow. Okay. Gott, dann. Auf geht's. In den Wald. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Kann ich gar nicht, ob ihr seht. Wir wissen ja, einer wurde losgeschickt, um uns zu töten. Nein. Oh, der Perf ist auch noch unsichtbar. Ich hasse unsichtbare Gegner und unsichtbare Wege. Oh, der muss halb im Knochen sitzen. The Fear. Oh, die Ambus ist aber schick. Werde ich gerne. Ich habe die Böden von der Brazillian-Wandering-Spider. Soon, ein sehr exklusives Schmerz wird dein ganzes Körper entzündet. Deine Läden werden verabschiedet. Deine Läden werden verabschiedet. Deine Läden werden verabschiedet. Deine Läden werden verabschiedet. Ah, aber wie viel Spaß mit dem? Was? Oh Gott! Was geht denn mit dem? Kannst du mal verbinden, oder? Oder wird das negiert? Wenn es im Bosskampf ist. Nein. Okay. Vergiftung. Armbrust, Pfeilwunde. Pfeilwunde. Eine Wunde. Okay, ja. Ein bisschen gewastet was, aber egal. Okay. Take this. Okay, wir wollen ein Messer. Nein, Stip-Tick und Desinfektion. Wir müssen ein bisschen aufpassen, weil hier ist ja nicht nur der Gegner mein Feind, sondern auch Fallen. Oh, da oben ist er. Aber wo? Ich sehe ihn nicht. Ah, da. Oh, ne präzise Waffe. Oh, ne präzise Waffe. Das war's für heute. Dann haben wir 4. Achso. 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 Hier kommt der Nummer 1! Es ist wichtig, dass er das Essen nicht bekommt. Ja, ok, das wäre jetzt doof, ehrlich gesagt. Ups, natürlich voll reingelaufen. Hier kommt der Nummer 1! 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 Ja. Ja. Piss dich, Penner. So. Muss mich natürlich konzentrieren, deswegen sorry für ein bisschen... Der Angst! Der Angst! Der Angst! Ich sehe es! Der Angst! Boah. Sicker Schatz. Selbst die Luft gesprengt mit einem letzten Move. Versucht mich noch zu verletzen. Sehr gut. Sehr gut. Boah. Sicker Kampf. Sicker Kampf. Jetzt kümmern wir uns um unsere Heilung. Pfeilwunde. So, Schnittwunde sieht anders aus. So. 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 Okay, unsere Austausch ist auch wirklich am Arsch. Okay. Pfeilwunde. So. Okay. Ja, der Waldmodier ist ganz schön gemein. Übertrieben und filterhältig. Da bin ich froh, dass mir sowas nicht im fucking im fucking Duell passiert ist. Ah, ich habe auch mich nicht allzu viel bewegt, ehrlich gesagt. Das kommt mir wahrscheinlich zugute, dass ich da immer in den Gebieten war, wo nicht unbedingt alles so komisch war. Ja, um näher zu haben, würde ich sagen, ab geht's in Richtung dem Urwald. Ja, um irgendwie was es tut mir die wirklich zu Vielen Dank.